Nicht schlecht. Ich habe sogar meine gute Axt dabei. Warum habe ich denn meine gute Axt dabei? Das weiß ich nicht. Das ist aber gar nicht so gut, oder? Nee. Okay. 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 Ah, ein Schamane! Warte, ich komm. Das erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Assassin's Creed Move, weißt du? Wenn ich die so anspringe. Das sah bei dir bei, was war es, Odyssey? Mhm. Auch immer so aus. Mhm. 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 Das hört sich irgendwie ungesund an, was du da tust. Ja, ich war nur ein bisschen... Übermotiviert? Mhm. 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 Das ist mit der Höhe, sagen wir es so. Okay. Okay. Okay, funktioniert aber. Schön. Schön. Sollen wir einmal pennen? Ja. Hä? Wo ist das zweite Bett? Ich lege unten. Ich lege unten. Ach so. Mhm. Komm diesmal Hochbett. Cool. Du träumst von einer mächtigen Bären, die tief unter der Erde im Winter der Welt schläft. Ah, du hast auch geträumt. Ja, kommt vor. Wollen wir angegriffen. So. Direkt Gegner. Nice. Kannst du mich ganz kurz begleiten? Wohin denn? Kurzes Stück hier rein. Tatsächlich. Ja, okay. Weil, ich will nur kurz was ausprobieren. Nur hier. Ach, diese Sumpfbäume. Ja. Ja, damn. Möchtest du auch ein Stück Sumpfbaum haben? Gib. Hier. Oh, oh, alte Rinde. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur die Rezepte haben. Signalfeuer. Mhm. Vielleicht finden wir dann unser Häuschen immer mal wieder. Was das wohl bringt. Weh sie schnitt. Du. Weh sie schnitt. Ja, und wenn du das durchweißt, du, wer dann? Ich hätte einfach so gemacht. Ja. Oder was willst du machen? Ja. Ja, ich wollte dein Dach machen. Ja. Cool. Schlicht, aber effizient. So. Ähm, genau. Ich würde noch eben das Portal bauen. Mhm. Aber wo machen wir das hin, ist die Frage. Am besten ins Häuschen, oder? Ja. Hm. Ach so, ich habe kein Holz mehr. Jawoll. Was auch sonst, hm? Hast du noch ein bisschen? Dankeschön. Hilfe. 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 Ach, Leute, ich habe den gar nicht gesehen. Wo? Da ist irgendwo noch ein Bogenschütze, glaube ich. Ja. Ja. Ah. Ah ja, gut. Ich habe ja da gepennt. Huh. Huh. Bei dem Turm kommt man nicht auf die, aufs Dach hoch, gell? Ne. Oh, aua. Aua. Die machen den Ton kaputt. Die machen den Ton kaputt. Die machen den Ton kaputt. Echt jetzt? Ja, der hat die Werkbank geschauen. Ach so, das war deine. Lol. Okay. Das nenne ich Spawn Camper. Er ist bei der Tür gewartet, der Schmuck. Äh, das gibt's doch nicht. Ich habe ihn gleich. Ja, ich habe ihn. Schmutz, ey. Ja, ja. Gut gemacht. Danke. Ah, witzig. Wollte ich auch gerade machen. Okay. Oh. Denk dran, deine Rüstung wieder anzuziehen. Ach so, ja. Ich will da Pulse, ey. Ja, wir sind eh schon wieder bei, äh. Finish. Ja, ich wollte, wie gesagt, noch eben das Portal bauen wollen. Ach so, stimmt, ja. Ja. Ähm. Ja. Überlebenshaus. Okay. Ja, ich habe das Häuschen da auf dieser kleinen Insel benannt. Oh, da ist so'n, so'n, so'n Blob. Schleimling. Oh-oh. 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 Hm. Was denn? Da ist so'n Blob. Brauchst du Hilfe, oder geht's? Ne, ne, geht schon. Ich hab' gedacht, du willst ihn dir mal angucken. Ja. Das Portal hier nicht rein. Fuck. So, wo denn? Ne, in meiner Leiche. Ach ja. Ja. Ja, Achtung, der vergiftet. Der ist ja witzig. Ich hab' mal gekillt, ja. Hm. Und ich hab' Schlamm bekommen. Okay. Kann man damit was cooles machen? Ja. Gib mal. Guck mal hier. Schlamm. Leimbombe. Okay. Cool. Ja. Warum nicht? Oh, was das mal ich hab? Jo! Oh, das war ich. Oh, das war ich. Oh, das war ich. Oh, das war er. Oh, das war es. Ach, das bist du, lol. Ja. Ich dachte, was dranaliert hier so? Einfach, dass wir ein bisschen was sehen, weißt du? Ja. Wenn wir angegriffen werden. Also ich habe das Portal stehen. Mhm. Ich markiere mir den Turm mal noch. Oh, jetzt kann man. Achtung, da ist wieder so ein Bogenschütze. Wartung. Ja, okay. Sorry. Weil ich nicht weiter ablenken konnte. Na, das tut. Schmutz. Haben. Sehr gut. Eiei, ei, ei. Lass vielleicht mal heimgehen, hm? Ja. Da schießt doch schon wieder irgendjemand. Na ja. Cool. Besser ging's nicht. Ja. Ein Träumchen. Wir müssen die echt mal besser benennen. Was? Die Portale. Jetzt will ich mal was probieren. Ich bin gleich wieder da, ja? Mhm. So, wenn ich hier die Portalkennung rausmach. Was? Ich bin gleich. Ich bin gleich. Ich bin gleich. Ich bin gleich. Ja. was du das was denn irgendwas hat ganz furchtbar geschrien gerade ja das sind die portale wenn die ihre ihre verbindung kriegen wie nennen wir denn das portal mach mal kurz die karte moment ja hier also bei mir heißt es überlebenshaus zwischenspeicherhaus es muss ja keinen cleveren namen haben wir müssen ja wissen wo es ist nennen wir das portal was da steht mittelpunkt der erde so dann geht leider nicht dann mach mittelpunkt so dann geht nicht mittel ist jetzt von sumpfhaus ja aber es ist ja eigentlich ja ja sumpfhaus ist okay hoch hoch okay moment ich muss mir das mal alles aufschreiben wir müssen vor allem zum ende kommen ich habe eine idee warte mal ich benenne einfach die häuser so moment wir haben hier einmal portal sumpfhaus wo ist das andere wo haben wir denn wir haben hier ja hier ja das war's ne wir haben ja noch eins wir haben das dorf ja das dorf war hier ah ok danke bitte bitte also einmal hoch einmal sumpfhaus und wie nennen wir das andere das dritte welches welches was ist jetzt das dritte für dich das was wir gerade gesetzt hatten das im turm ja frage sumpfhaus sumpfhaus das haben wir schon wir haben noch kein haus also im sumpf aber wir haben noch das eine sumpfhaus genannt das vorm sumpf so bei mir ist es das bei mir ist es das überlebenshaus ach so soll ich tauschen ja wird ja also mir wird ja schon mehr sinn machen oder überlebenshaus ja mhm oh mein gott ich häng fest am bett ne im portal glaub ich hab's falsch rumgestellt moment so so Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Wir haben hier eins, was keine Kennung hat, ja? Mhm. Und wir haben hier einmal Sumpfhaus. Mhm. Normalerweise müsste er mich doch auch dahin bringen. Ah, okay. So. Und Sumpfhaus wird jetzt zu... Ach nee, ich bin ja in Trottel im Moment. Ich fahre nochmal zurück. Überlebenshaus, ja? Mhm. Überlebens... Geht nicht. Überlebens? Mhm. Komm, einfach überleben. So. Oh, nein. Überleben. Überleben. Okay. Also haben wir jetzt einmal überleben. Und den Turm setze ich jetzt auf Sumpfhaus. Was denn? Der ist noch ein bisschen schwierig. Weißt du was, das machen wir... Oh, danke schön für die Marmelade. Weißt du was, das machen wir das nächste Mal. Was? Den Turm benennen. Weil das Problem ist, dass da wieder Bogenschützer unterwegs waren und ich... Alles klar. Kommst du. Ach so. Du sitzt auf meinem Platz. So, dann... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben es auf die Insel geschafft. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht nächstes Mal schon Boss, vielleicht auch nicht. Wir werden sie. Auf jeden Fall. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.